Klobarks, hör auf deine Popel zu, Futter! Ich komm mir vor wie auf einem Speck! Ja, überhaupt nicht eklig. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir haben es den 29.10. Irgendwas kurz vor 10 Uhr. Ja, mal gucken, wie das Land der Wandeln, denn Seelen ist ja immer noch einer der besten Level aus dem Spiel. Erstmal gucken hier, gibt es hier noch irgendwo was? Oh, Mann! Was für eine Hammer-Atmosphäre. Ist jetzt genau das Richtige nach einem Arbeiten-Arbeitstag. Hm, komm. So. Das mach ich jetzt überhaupt nicht. Achso, okay, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Irgendwie so ging das doch. Oh, nö. Das ist ja wieder so eine Erfindung, ey. Hätte doch mal besser laufen können hier. Oh, das geht gut. Gut. Alles klar. Andere Seite hier oben. Und... ... ... Würde mich der Stahl denn, äh, Strahl denn überhaupt treffen? Ja, er würde. Alles klar, alles klar, alles klar. Ah, so reine da, so. Oh, das war's für Baiten. Ah! Oh, meu. Ja, mit seinem Helikopter hier. Faszinierend. Faszinierend. Ich werde ja das Gefühl nicht los, dass da irgendwo noch ein geheimer Bonusraum ist. Also ich will nochmal zurück. Eigentlich kann ich nur zurück. Okay, gut. Egal. Macht nichts. Alles halb so gut. Du bist der Allergrößte und mein bester Freund. Und mein bester Freund. Was für ein Stimper, dieser Kerl. Hey, fass deinen Kumpel nicht an. Okay. Wenn ich das schon wieder sehe, ey. Hallo. Wer? Ja. Ja. ich glaube da kam jetzt am anderen ende der leitung wieder so ein anderer dog das ging aber schnell war wohl spät gestern abend was ein unsinn mein kollege hat mir alles erzählt du hast wohl einen schwarzen looms verschluckt echt schlimm mann schwarze looms vermehren sich wie die kanickel wenn nicht noch schneller ok ich werde versuchen ihn rauszuholen aber ich garantiere für nichts was hältst du davon oh man nichts zu machen der schwarze looms hat sich in deinem hirn verschanzt das problem ist dass ich ihn nicht finde aber ich kenne einen kerl der dir helfen könnte ein spezialist für hohlräume er haust in der wüste der knaren ich lass euch jetzt allein muss meine pflanzen gießen die knarenwüste mich einer der unangenehmsten orte aus dem ganzen spiel ich will an diese ganzen punkte ran ich mach das nicht ohne grund hast du gesehen ich kann den helikopter trick sorry da müsste jetzt gerade mal durch irgendjemand von euch weiß bis ein soundtrack dazu gibt oder gar eine vinyl bitte sofort in die kommentare ich brauche diese musik auf jeden Fall die Oh, Mann. Ich halte dich! Kennt ihr das, wenn man mit dem Controller, mit dem Kopf mitgeht? Den ganzen Körper mit Fügel, vollem Einsatzzeichen. Ich bin noch weit bis zum Doktor. Da muss ich früher schon rumgelegen. Ach Leute! Ich halte dich! Ich halte dich! Was? Wieso? Es ging mir doch gut! Was für ein Blödsinn! Ich halte dich! Nein! 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 Wow, wird echt immer besser. Je öfter ich es spiele, es wird immer, immer besser. Die ganze Atmosphäre ist super. Sind wir bald da? Wie soll ich das schaffen? Sala, weißt du, was das für eine CD ist? Nee. Ist es noch weit bis zum Doktor? Hast du gesehen? Ich kann den Helikopter-Trick auch. Nee. 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 Wie musik istin? Nein. Nee. 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 Ich möchte alle Punkte haben. Weißt du, was das für ein Zielchen ist? Egal, pfeif drauf, ich ziehe das jetzt einfach mal durch hier. Das wird ja immer wahnsinnig. Was wollen die eigentlich? Ich dachte, ich spiele hier ein gutes Spannungsspiel. Ich halte den. Der musikalische Übergang, der ist super. Der musikalische Übergang, der ist super. Der musikalische Übergang, der ist super.